Sie hat gute und schlechte Zeiten durchgemacht, die zweite Mannschaft des FV Batonev. Der größte Erfolg war sicherlich der Aufstieg in die Kreisliga A. Dann ging es zurück bis in die Kreisliga C. Dort spielt das Team von Ex-Kapitän und Neutrainer Dennis Bolls aktuell eine starke Rolle und nimmt nach vier Siegen und zwei Unentschieden den zweiten Tabellenplatz ein. Sonntag kommt die dritte Mannschaft von TUS Oberpleis an die Schmelzthalstraße. Ein echtes Derby also. Wie laufen die Vorbereitungen? Ich glaube, genauso wie vor jedes andere Spiel. Aber natürlich, weil das ein Derby ist, gehen wir da natürlich nochmal ein bisschen konkreter an die Sache. Aber was heißt konkreter? Aber grundsätzlich gehen wir an jedes Spiel sehr energisch dran, weil wir natürlich auch klare Ziele formuliert haben, die wir auch umsetzen wollen. Und das geht nicht, wenn man sich auf jedes Spiel irgendwie anders vorbereiten würde. Wir gehen jedes Spiel richtig hart ran. Und genau, genauso wie jetzt gegen Oberpleis. Manch anderer hat dann da natürlich noch eine Vergangenheit zu. Sei es ich selber, der jahrelang in Oberpleis gespielt hat, auch in der dritten sowie in der zweiten Mannschaft. Genauso wie zwei andere Spieler von uns. Und da müsste jeder einzelne heiß sein. 24 Spieler stehen im Kader. Für die Torwartposition steht mit Lukas Göckeler nur ein Aktiver zur Verfügung. Der wird von Torwarttrainer Dennis Totschlukaja auf große Aufgaben vorbereitet. Beispielsweise auf den Aufstieg. Vier Spiele gewonnen, ihr seid jetzt Tabellenzweiter, da hat der Lage nicht mehr gestanden da oben. Was ist denn das Ziel am Ende des Jahres? Ziel ist ganz klar von uns, oben mitzuspielen. Wenn nicht, sogar der Aufstieg, gerade als Absteiger geht man immer als Favorit in die Rolle rein. In die neue Saison haben wir bis jetzt auch gut gemeistert, bis auf ein Spiel, wo wir leider Gottes Punkte haben liegen lassen. Wo wir eigentlich verdient als Sieger hätten vom Platz gehen sollen oder müssen. Aber so ist das manchmal im Fußball, dass man dann nur mit einem Unentschieden leben muss. Das hat aber einen Ruck auch in die Mannschaft gegeben, weil gerade wenn man sich letztes Jahr die Ergebnisse angeschaut hat, wo viele das gewohnt waren eigentlich schon zu verlieren, ist das jetzt natürlich ein krasser Switch für die, die selbst mit einem Unentschieden jetzt unzufrieden sind, was aber auch positiv für die Mannschaft ist. Wenn Dennis Bolz als Trainer auch mit seinem Team einen guten Lauf hat. Bereust du es langsam, die Seiten gewechselt zu haben? Nein, bereuen tue ich hier gar nichts. Nein, nein, ich denke das war im Endeffekt nur eine Frage der Zeit. Und ja, es wird auch für mich Zeit, den Jüngeren das Feld zu überlassen. Aber so ganz aufwürdig mit dem Spielen? Nein, nein, wir haben ja jetzt endlich die Altherren gegründet. Das bedeutet, jeden Montag komme ich ins Spielen und halte mich mit den Jungs noch ein bisschen fit. Ich habe noch keinen anderen Tipp für Sonntag gefragt, die frage ich jetzt einfach mal. Ein Tipp für Sonntag? Natürlich der Sieg mit hoffentlich 2-0, dass unser alter Kamerad Louis Falzone sich trifft. Dann sei es gut. Auf einen Sieg hofft auch der Trainer der ersten Mannschaft, Benni Kreier. Die spielt Sonntag um 15 Uhr im Menzenberger Stadion gegen VfR Hangelaar. Das sind noch Heimspiele, haben wir bis jetzt gut ausgesehen. Was da in den Auswärtsspielen ist, müssen wir nächste Woche gucken. Aber bei Heimspielen sind wir eigentlich guten Mutes und peilen drei Punkte an. Sind alle mal an Bord? Ja, größtenteils. Eladan Islamowitsch ist wieder dabei. Müssen wir gucken, ob wir das dann schon eingehen, das Risiko. Oder ob wir dann noch Richtung nächste Woche so ein bisschen warten. Aber ansonsten sind alle an Bord. Falls Oberpleis zuguckt, noch ein Hinweis. Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr das Schmelztal autofrei. Entweder hinten rumfahren oder mit dem Fahrrad kommen. Ah, weiter, 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 weiter.